Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Island Riptide. Ich bin der LP Gamer F04 und sie haben schnell reagiert. Ich habe ja gestern berichtet schon, dass es einen geilen Bug gab, dass wenn man mit einem 7.1 headset aufgenommen hat, dass da ganz einfach mal so ein richtig kreischendes Geräusch kommt und somit das Spiel unspielbar ist. Und zwar kam jetzt heute früh ein neuer Patch per Steam und wie man sieht, funktioniert es. Also sind schon mal schnell, aber was ich ziemlich besorgt und erregend finde, dass das Spiel gerade mal einen Tag draußen und es schon die Version 1.4.0 ist, ey. Das ist schon echt ein krasses Ding, dass die schon wieder so unfertige Spiele auf den Markt werfen, ohne es vorher zu testen. Das gibt mir einen Gegenstrich, ey. Ja, ich hatte schon mal angefangen, vor uns hat er aber irgendwie nicht aufgenommen und deswegen fangen wir einfach nochmal neu an. Und zwar hatte ich vorhin schon erklärt gehabt, was ihr natürlich jetzt nicht gesehen habt, es gibt halt die alten Charaktere wieder mit einem neuen und das ist der gute John, der ist Nahkampfexperte. Der hat schnelleres Erlernen von Waffenfähigkeiten, die Chance auf Flächeangriffe in Razerline-Modus, starke Spezialangriffe einschließlich Aufwärtshack und Renntritt, die Chance nicht zu sterben und stattdessen geheilt zu werden. Ja, wie ihr seht, können wir auch Figuren aus dem alten Teil importieren. Ähm... Da ich aber Dead Island 1 noch nicht durchgespielt habe, ist das eh sinnlos. Deswegen fangen wir komplett neu an. Ich hatte die Pörner ausgewählt gehabt, da ich ziemlich gerne auf Waffen halt gehen möchte. Ich weiß noch beim letzten Teil, dass es die Munition ziemlich wenig gab. Aber trotzdem... So... Hier kann man halt... Hier kann man halt... Hier kann man halt hier gucken, dass der das automatisch macht, die, äh, Upgrades. Halt hier auf Kampf, hier auf Bremen und ich hasse es, dass sie da dazwischen, lauert die ganze Zeit, aber egal, ausgewogen und hier individuell, das möchte ich machen. So... Have fun. Mein Name ist Pörner und ich werde euch erzählen, über den schlimmsten, blöden Freude zuerst. Ich war in der Royal Palms Resort in Benoy, gearbeitet als Körper für einen Arsch-Holl-CEO. Ich habe gedacht, dass er, wenn er die Isle nicht verlassen hat, ich hätte eine gute Woche, um auf dem Beach zu relaxen, ein Maitai oder zwei zu essen. Aber nein, das war nicht so. Als ich einen Morgen wuchs, um herauszufinden, dass der z.B. Zombie-Apocalypse gekommen ist, war Clive. Das war schief. Wir sind ein Schwerpunkt, oder? Wir waren ein Hip-Hop-Star von den USA, Logan, ein Ex-Football-Player und Full-Time-Douche-Bag, wenn man nie eine Chance hat, um ihn zu spüren, und Shin-Mei, ein süßes Hotel-Clerk, der so brutal mit einem Bladen wie jeder, als ich noch nie gesehen habe. Zusammen, wir waren in Norseburg, um zu holen, zu holen, mehr Zufrieden zu holen. Und von dort, Dinge wirklich zu hell waren. Die Armee versucht, um die Infection zu verhindern, aber sie waren blüht useless. Benoit war selbst völlig isoliert. Es war ziemlich klar, wir waren auf uns selbst. An dieser Punkt, wir haben einfach nur das Gott-Dann-Eisland geholfen. Und das ist das, was uns in die Maximum-Security-Prisen gebracht hat. Du siehst, ein dickhead-Kernel, bei dem Namen Ryder White, lief zu uns, um zu holen, was er für diese Zombie-Pläge war. Well, das Kuh-Dann-Eisland geholfen war, wie ein gigant-Bloody-Maniac. Glücklich, wir haben uns mit einer Präsener, die uns aus dem Helikopter rausgelegt haben, auf dem Colonel. Wir waren auf diese Gott-Dann-Eisland, am Ende. Und alle, die wir versuchen, zu retten, zurück auf Benoit? Well, sie einfach nicht machen. Except für die kleine Mädchen, Nerima. Wir haben das Kuh-Dann-Eisland geholfen, gerade in der Zeit, als wir gerade aus dem Petrol waren. Wir können nicht glauben, wie wir uns zu retten sind, um endlich eine Sicherheit zu finden. So Şeyh-Dann-Eisland, nicht Get your hands off me, what the hell what is going on here Was with the clothes sorry, but I can't take any chances my orders are to take you into custody and transport you to a Und wer bist du? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Kein Resist und du bist gut. Wir müssen nur sicher sein, dass du nicht postest. Wir haben keine Gefahr. Die Gefahr auf Bernhardt. Hast du eine Idee, was passiert da? Wir haben eine Idee. Wir hoffen, dass du dir helfen kannst, die Details zu erfüllen. Especially von ihr. Du hältst die Hölle weg von ihr. Frank Serpo. Ich sollte es sagen. Du bist derjenige von diesem Clusterfuck? Schau dich mit diesem Mann. Dieser Mann würde seine eigene Mutter ausbauen. Wenn er eine hat... Geh die Immune in den Lauf. Die zwei anderen kommen mit mir. Lauf? Wir sehen uns wie eine kinnikische Kinnik-Kinnik-Kinnik-Kinnik-Kinnik-Kinnik. Ich bin ein Bürger der USA, Mann! Ich habe die Scheisse! Entferne, Serpo. Schau dich weg. Was ist das, Mann? Nein, das wiederum. Ein weniger Immune wird keine Unterschiede geben. Jetzt fahre sie in den Lauf. Du hast die Kommandung über Palanai, aber auf diesem Schiff, ich bin in charge, und ich habe meine Regen. Deine Regen sind für meine Regen, Colonel. Würde ich mich nennen? Alle deiner Vorbereitungen? Jemand erzähl mir, was hier passiert ist. Ja, keine Ahnung, warum jetzt die Untertitel ein bisschen hinterhergehangen haben. Ja, das ist noch eine Vorgeschichte vom Spiel. Vielleicht werde ich doch noch die Details ein bisschen runterdrehen müssen, wenn ich das jetzt zu sehr lege. Sie haben eine sehr hohe Toleranz, Herr Serpo. Aber das werden wir dann im Spiel mitkriegen. So, wie viel länger? Du sagst, wir hätten jetzt noch Resultate. Sir, das ist uncharterter Territory. Wir brauchen zumindest noch einen anderen Tag. Just be careful. We don't want him dying on us. What about the native woman? Yerema? That's a more complicated case. He's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Kopf. Oh. 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 Your motherfucker's dragged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody will they? You've been bitten. How long has it been? long in half. I guess it doesn't affect me. You're immune too. So it seems, why? Ja, sie planen dich hier zu spüren. Ha 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 ha. Genau, das ist ein bisschen wie so. Es ist alles Teil meiner Cover. Also, sie testierten dich auch? Ja. Ich glaube, sie versuchen, zu herausfinden, was wir alle imuniert haben. Wie hast du das? Ich war ein Soldat, bevor die Schuss auf die Fan. Teil einer großen Humanitärischen Search-and-Rescue-Operation. Und dann dieser Zivilger kam. Sobald. Genau. Sobald. Der Militär war nicht mehr in charge, und die Schuss-Operation wurde aufgewacht. Also, was sie für? All ich weiß, ist, dass es eine Blockade für den ganzen Archipelag. Niemand ist bereit, in oder aus. Whatever die Scheiße passiert, hat nichts zu tun mit den Humanitärischen Efforts. Das ist ziemlich klar. Christoph, ich bin immer noch nicht. Ich weiß. Ich weiß. Woher werden die anderen zu kommen? Haben sie sie, während ich raus war? So, damit, Leute, ich dachte eigentlich, ich kann das mit Controller steuern, aber egal. Bis jetzt geht's eigentlich, muss ich sagen. Komm mal aus der Zelle, erwart's mal ab. Lass mal gucken hier. Die Ewa zutreten, okay. Oh, die bewegt sich ja übelst schwer. Na gut, die ist unter Drogen. Vielleicht legst du daran. So. Alter, wie schwerfällig die sich steuert, das ist echt krass. Flexiblische, du hast gerade einen Teil geführt, mit dem du Waffen modifizieren kannst. Supi, dupi. Ähm, ja. Ich weiß halt nicht, ob das gerade Mikrogler sind, aber das läuft eigentlich relativ flüssig. Na, ich guck mal kurz, ob ich hier auch die Dings ändern kann. Ne, kann ich nicht. Naja. Ich nehm's erst mal so auf. Dann guck ich mir das Video mal an und dann, vielleicht mach ich dann ab nächstem Dings dann die Grafikanstelle ein bisschen runter. So, suche einen Weg zum zweiten Deck. So. Mal schauen. Boah, schreck mich da nicht so, du Arschloch. Oi. Upgrades stehen zur Verfügung. Oi. Stufe 15. Verwirkbare Upgrades 14. Oi. Äh. Kampf. Scharfe Waffen sind nun effizienter und effektiver. Außerdem wird eine Spezialattacke freigeschaltet. Ich bin auf jeden Fall auf Schusswaffen, also müsste ich ja... Äh, wir machen erst mal, ich würd's sagen, erweitere deine Resorien auf deine eigene Handfeierwaffe. Zudem erhalten alle Teammitglieder, du, eng geschlossen. Schein plus 10%, bla 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 bla. Ja. Y, okay. Alles klar. So. Das erstmal dazu. Ich würd's erstmal sagen, wir gehen erstmal hier in den Kampf rein. Was kriegen wir hier? Verstärkfähigkeiten, die mit Schaden, Durchschlagskraft, Handhabung und Haltbarkeit zu tun haben. Bei allen Aura, Reichweite. Dich eingeschafft um 15%. Okay. Verringert die Ausdauerkost beim Kampf gegen Gruppen von Feinden. Wird den Schaden von allen Nahkampfwaffen. Und was ist denn mal hier? Töten erzeugt Ausdauer. Ach, erstmal das, würd ich sagen. Nahkampfschaden. Lass mal Schaden reinhauen. So. Erhöht die Haltbarkeit von Nahkampfwaffen. Erhöht die Haltbarkeit von Nahkampfwaffen. Was nochmal. Erhöht den Schaden gegen Gegner vom anderen Geschlecht. Okay. Töten durch Tritt erzeugt Ausdauer und führe mächtige, weite Angriffe beim Rennen aus. Ich würd sagen, dass wir die Ausdauer runtersetzen. Das ist bestimmt ne gute Idee. So. Nahkampfwaffen machen wir noch. Und den Rest werde ich dann in den Dings reinhauen. In Überleben. Was haben wir jetzt hier noch? Schlösser der Stufe 1 können. Blablabla. Extraplätze. Rewerturkosten. Und stehen nach einem Niederschlag schnell wieder auf. Das hört sich schon mal gut an. Und das mit den Schlössern knacken machen wir noch. Gut. Haben wir doch erstmal einiges. Ich will hier rein. Naja, was sollt's? Sehr, geh zum Kriechen. Okay. Aua. War da noch irgendwas? Nee. Gut. Ich hoffe, ich finde dann irgendwann noch ein Ackerwaffe. Was ist denn hier nur passiert? Da ist ne Waffe. Oder auch nicht. Da kann man nicht rein. Ach, hier ist ja doch eine Waffe. Ein Brecheisen. So. Muss erstmal wieder reinkommen hier, ne? So. Ei, ei, ei. Taschenlampe haben sie uns gelassen. Okay. Irgendwie ist es doofe Gefühl, dass hier bald die Post abgeht. Ei, 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 ei. Geht's hier rein? Nee. Das war werfen, okay. Achso, zumachen. Ich würde's aber aufmachen. Ich würde's aber aufmachen. Zack. Lol. Was ist denn hier los, ey? Zeig, knüppel. Ne, ich behalte meine Waffe. Was soll mal hier? Okay. Ich hoffe, das soll so sein, dass die sich so behäbig steuern lässt, ey. Das ist ja übelst krass. Was soll mal hier schön ist? So, ist ja nun scheiße, glaube ich, da oder da reingehe. Ah, hier kommen, bonifizieren. Was wird jetzt wahrscheinlich nicht reparieren? Great. So. Okay. Also für später. Ich muss mich erst mal hier ein bisschen umsehen. Das hört sich ja vielversprechend an. Ach ja, erst mal. Taschenlumpen, Wasser, um. Oh, Mann, ey. Was zur Hölle? Hallo? Äh, ja, und wie? Ich klettere irgendwann mal runter. Ach, Mann, jetzt renne ich vorbei. Oh, Mann, jetzt renne ich vorbei. Tust du mal mit? Zack. Du sagst es. Ja, ich hoffe. So, dann hier wieder hoch. Mit H können wir uns heilen. Gut. Razzarei war mit Y. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. So, dann haben wir unseren ersten Gegner. Ach so. Neu. Jetzt hau doch zu, Mensch. What the fuck, ey? Alter. Wie war denn noch mal treten? Jetzt hau doch mal zu, Mensch. Boah. Hallo. Meine Fresse, ey. Ich wollte mal wissen, wie treten geht. Gingenden treten mit E. Oh, Mann, das wollte ich wissen. So, jetzt will ich das mal heilen. So. Weiter geht's. E ist treten. Flexiblen Schlauch. Großes Medikit, großes Medikit. Müdener Stab. Ne, Maddo. Wie kann ich denn hier... Alles klar. Ja, wie kann ich das jetzt auswählen? Moment, darf ich haben. Hallo? Hä? Ah, hier. Warum kann ich denn hier nicht die Maus benutzen? Hallo? Ach, dieses Spiel ist doch so buggy, ey. Das geht mir doch schon mal auf den Sack. Ich kann meine Maus nicht benutzen im Menü. Ey, ist das cool. Macht das Spaß. Komm, setz dich wieder hin. Ist schon wieder eine andere Waffe, wa? Ja. Oh, du Arschloch. Komm, fall um. Immer mitten in die Fresse rein. Okay. Schwaches Küchenmesser. Warum kann ich hier nicht die Maus benutzen? Ey, ist das... Nee, ey. Ei, 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 ei. Warum ist noch einer? Warum ist denn noch einer? Nee, du Arschloch. Fall um. Das ist noch einer. Nummer eins. Fall um. Arschloch. Ich würde es halt gerne ausrüsten, oh. Oh, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Warum steuert die sich denn so behäbig? Ich nehme jetzt hier einfach mal alles mit, erst mal. Alles mitnehmen. Habe ich alles, ja. Und noch raus hier. Oh, ist ein Hackball. Hinsetzen sie auf jeden Fall auf, ich verstehe es nicht. Los, komm her. Ja, ich würde da noch mehr schicken. Was soll das denn, ey? Was ist das? Ja. Eine Fresse, ey. Was haben wir hier noch? Das ist eine Lecks. Ich weiß nicht, ob das gerade leckt oder wo. Warum ist... Ey, die besteuert sich so scheiße. Was willst du denn? Sag mal, meine Sicht ist ganz normal. Hm. Keine Ahnung. Wir zehren uns einfach mal alle Waffen auf. Da ist eine Werkbank. Wir haben Zeit. Ja, hier kann ich schon wieder nie meine Maus benutzen. Ey, ist das schwach. Ist das schwach. Wie komme ich jetzt wieder raus? Schön, ich komme nicht mal raus. Ey, ist das einfach kacktes Backspiel. Das gibt es doch gar nicht, ey. Kann nichts machen. Ja, toll. Ich komme echt nicht mal raus. Ich kann drücken, was ich will. Ja. Das zu dem Thema. Also, ich muss mal gucken, ob ich das weiterspielen werde. Also, wenn das so bleibt, dann... Ich habe keinen Bock, dass ich das jedes Mal hier... Wenn das Scheiße hier ist. Das ist erst mal so... Sozusagen erst mal ein Testvideo. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.